Es war der richtige Mann, wenn wir die Teeerziehung hatten und das Eifel einzusetzen. Taneben haben wir Teilzeitbefestigte. Ein Sohn hier, Professor von Freiburg, kommt, um die ganzen Personen keine mechanischen Probleme zu lösen. Wir haben auch die Bootswände vor Betreuung. Heute haben wir im Simulator keine Besucher zugelang. Diese Simulator haben wir die Landschaft auf zwei Stufen aufgebaut. Sie dürfen auch weiter. Wir sind immer der 11.11.2015. Für uns, dass alle Laufwagen sind. Am Hauptsache befalle ich auf den 4.1990 mit dem 3.27, dem Bus in die Aena. Herzlichen Dagmar Vielen Dank.